Baby, wir haben ein Baby. Was ist das? Hallo, kleiner Dumbo. Dad, er springt in die Luft mit seinen Ohren. Okay. Ich präsentiere Dumbo. Unseren weltsberühmten fliegenden Elefanten. Er wusste, dass er das kann? Du solltest öfter mit deinen Kindern reichen. Ihr habt Wunder. Ihr habt Mystik. Ihr habt Magie. Der Elefant ist nicht zu verkaufen. Du kannst es. Zeig es ihnen, Dumbo. Sie lieben es! Du bist ein Wunderelefant, Dumbo. Jetzt! Du bist ein Wundere.